Im Streit über geplante Subventionen in den USA hat EU-Binnenmarktkommissar Terry Bratton die Regierung in Washington zum Einlenken aufgefordert. Die Hilfen für die amerikanische Industrie mit Garantien für die kommenden zehn Jahre verzerrten den Wettbewerb gefährlich, sagt Bratton der Funk-Mediengruppe in einem am Freitag veröffentlichten Interview. Es kann nicht dabei bleiben, dass jeder US-Bürger einen Bonus von 7.500 Dollar bekommt, wenn er ein Elektrofahrzeug aus US-Produktion kauft. Das wirkt wie eine Zusatzsteuer für europäische Hersteller. Angesprochen auf mögliche Strafzölle durch die EU sagt er, das wäre falsch, jetzt ist die Zeit um Gespräche zu führen. So seien Vertreter der EU in den kommenden Wochen in Washington. Die Auseinandersetzung könnte laut Bratton auch vor der Welthandelsorganisation ausgetragen werden. Aber wir wissen, dass es mindestens fünf Jahre dauern würde, bis ein Schiedsbruch erfolgt. Daher ist es besser, den Konflikt jetzt zu lösen. Hintergrund des Streits ist ein US-Gesetz, das die Auswirkungen der Inflation lindern soll. Ziel ist es, die heimische Industrie anzukurbeln und gegenüber ausländischen Wettbewerbern zu bevorzugen. Subventionen und Steuergutschriften sind daran geknüpft, dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder selbst in den USA produzieren. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron warnt bei einem Besuch in Washington, dadurch würden solch große Unterschiede entstehen, dass zahlreiche Unternehmen nicht mehr in Europa investieren.